Wer ist Lakshmi? Lakshmi ist die indische Gattin des Wohlstandes, des Reichtums, des uneigennützigen Gebens, auch die Gattin der uneigennützigen Nächstenliebe. Lakshmi ist die Gattin, also der weibliche Aspekt von Vishnu. Am Fest Diwali, Lichterfest, haben Lakshmi und Vishnu geheiratet. Somit ist Lakshmi auch die kosmische Energie Shakti, die sich manifestiert als Vishnus Frau. Und damit gilt Lakshmi auch als Vishnus Shakti. Lakshmi hat sich auch inkarniert, eben zum einen als Sita und auch als Radha. Lakshmi hat so viele verschiedene Aspekte. Lakshmi wird oft dargestellt mit vier Händen, zwei Hände mit Lotusblüten nach oben und zwei Händen, die nach unten gerichtet sind, als Symbol dafür, dass etwas durch sie hindurch fließt. Und so könntest du auch sagen, du kannst sein wie Lakshmi. Du kannst dich innerlich öffnen, möge der Segen der göttlichen Mutter in dich hineinströmen. Und dann lass diesen Segen durch dich hindurchströmen. Das ist das Geheimnis des uneigennützigen Dienens. Öffne dich und empfange und gib weiter. Lakshmi-Prinzip heißt natürlich auch, nimm Hilfe von anderen an. Öffne dich auch für den kosmischen Segen. Materielle Dinge und Gefallen und was Menschen dir schenken wollen, nimm es an. Aber behalte es nicht bei dir, sondern gib es weiter. Lakshmi ist auch die Gottin der Schönheit. Sie ist prächtig gekleidet, eine prächtige Krone. Sie wird oft dargestellt mit Elefanten und in einer wunderschönen Natur, manchmal alte Tempel, manchmal vor einem See oder gar auf einem See. Und was immer schön ist, darin ist Lakshmi. Du könntest sagen, wann immer du etwas Schönes siehst, darin ist Lakshmi zu finden. Wer ist Lakshmi? Lakshmi ist auch die Göttin der Natur, die Naturgöttin. Oft wird Lakshmi in der Natur dargestellt, eben mit Elefanten auf Lotusblüten in einem See, in einem Wald und so weiter. Wenn du in der Schönheit der Natur das Göttliche siehst, dann kannst du sagen, hast du Lakshmi erfahren. Lakshmi ist aber auch der Reichtum und der Überfluss, auch im menschlichen Überfluss, auch in der menschlichen Schönheit, auch in dem, was Menschen schaffen und Menschen machen. Auch darin ist das Lakshmi-Prinzip zu finden. So hat Lakshmi viele verschiedene Aspekte. Wenn du mehr wissen willst über Lakshmi, dann geh auf unsere Internetseite wiki.yoga-vidya.de querstrich Lakshmi.